Hallo meine lieben Naga-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir beschäftigen uns heute mit der Urlaubsbetreuung unserer Naga-Tiere, während wir im Urlaub sind. Die Urlaubszeit, vor allem in den Sommerferien, ist ja immer so eine kritische Zeit. Viele Tiere werden ausgesetzt, ins Tierheim gebracht und ich finde, das muss nicht sein, denn es gibt immer eine Möglichkeit, das Tier während der Zeit betreuen zu lassen bzw. zu betreuen. Als erstes möchte ich euch einfach ein paar Tipps geben, wenn ihr die Möglichkeit habt, dass Freunde oder Familie vorbeikommen und sich zu Hause um eure Tiere zu kümmern. Danach beschäftigen wir uns damit, wenn ihr natürlich nicht die Möglichkeit habt, wenn ihr das Tier irgendwo hingehen müsst während der Zeit und wo ihr solche Leute findet, die sich natürlich um eure Tiere kümmert. Ja, ich habe, also ich bin auch irgendwann mal im Urlaub und habe mir schon ein paar Gedanken gemacht, was wichtig ist in dieser Zeit und ich habe so eine kleine Liste gemacht für meine Eltern, die sich in der Zeit um meine Tiere kümmern. Und ich finde das eigentlich ganz gut. Meine Eltern beschäftigen sich eher damit, meine Tiere zu streicheln und süß zu finden, und um das Futter und Trinken und die Reinigung kümmere ich mich und somit haben sie da halt nicht so viel Ahnung. Deswegen habe ich so eine kleine Tabelle gemacht, was an dem Tag so gemacht werden muss. Zum Beispiel halt jetzt am 22.07. muss jetzt keine Reinigung gemacht werden, das werde ich noch machen vorher, aber am 23.07. Und sie können dann halt einfach immer ankreuzen. Gut, Futter und Trinken habe ich gegeben, gereinigt habe ich auch. Finde ich einfach praktisch, dass man einfach einen kleinen Überblick erhält und dass man auch selber, wenn man aus dem Urlaub kommt, sieht, okay, gut, da haben sie gefüttert, da haben sie das Trinken erneuert und ja. Und dann habe ich nach unten hingeschrieben, was gefüttert werden darf an Trockenfutter, was ich unter der Reinigung verstehe, Frischfutter und an Neckerlis. Ich sehe gerade, Brokkoli habe ich falsch geschrieben. Naja, passiert. Und am Ende den Tierarzt, wo sie, wenn irgendwas ist, anzurufen haben und halt das Tier hinzubringen haben, habe ich ganz dick und fett und rutscht, dass das halt jeder sieht. Ich finde einfach so eine Liste ganz gut. Jeder kann es natürlich persönlich anders machen. Man kann es auch natürlich auch einfach nur sagen, ja, das und das wird gefüttert, dann und dann musst du reinigen. Aber wie gesagt, ich werde halt, wenn ich gehe, diese Liste hier ankleben oder können sie dann fleißig ankreuzen, was sie gemacht haben und was nicht. Natürlich hat nicht jeder die Gelegenheit oder die Möglichkeit, dass die Familie oder die Freunde während der Zeit auf das Tier aufpasst oder halt zumindestens zu einem kommt und dort sich um das Tier kümmert. Es ist natürlich völlig klar, wenn man halt ausgezogen ist und weiter weggezogen ist, ist halt nicht immer so die Möglichkeit. Deswegen, vielleicht habt ihr die Möglichkeit, das Tier zu eurer Familie oder zu den Freunden zu bringen. Und da kann man natürlich nicht das ganze Gehege mitschleppen. Das ist ja natürlich viel zu schwer. Also wenn ich vor allem an Bellas Gehege denke, ist das, das ist ja riesig. Deswegen gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel so eine Sammlerbox von Ikea in dieser Zeit hamstergerecht bzw. nagergerecht einzurichten. Diese Boxen sind ja relativ groß, ich glaube so 80x50. Ich bin mir ja nicht so ganz sicher. Müsste ich mal nachgucken. Ich kann auch mal in einem Video euch zeigen, wie man so ein Urlaubsgehege einrichten kann, wie man das gestaltet, dass es halt in der Zeit möglich ist, dort ein Tier zu halten. Ja, es ist ein Ausnahmezustand, das soll nicht immer so sein. Das wäre eine Möglichkeit, dass man halt dann das Tier zu denjenigen bringt, der darauf aufpasst. Die andere Möglichkeit wäre, wenn man natürlich nicht die Möglichkeit hat, zu der Familie zu fahren oder zu den Freunden, dass man jemanden dafür bezahlt, dass er auf das Tier aufpasst oder einfach so ein Tauschgeschäft macht. Es gibt viele Facebook-Gruppen, es gibt ein Forum für bestimmte Nageltiere, wie jetzt das Hamsterforum habe ich gesehen, wo man Urlaubsbetreuung anbietet, wo man sagt, okay, ich passe die Woche auf dein Tier auf, weil ich ihn in der Nähe wohne, und du passt dafür die andere Woche auf meine Tiere auf, kommst vorbei und pflegst sie. Das finde ich zum Beispiel eine gute Idee. Ich glaube, davon gibt es auch ganz viele Facebook-Gruppen. Ja, da kann sich ja jeder mal erkundigen und das vielleicht machen. Und natürlich gibt es bei Ebay Kleinanzeigen, auch viele Betreuungsangebote, aber da müsst ihr wirklich darauf achten, wie seriös sind die Leute. Ja, also da muss jeder halt wirklich auch auf sein Bauchgefühl drauf achten, ob das in Ordnung ist. Ich habe da persönlich noch keine Erfahrung gemacht. Wie gesagt, meine Eltern passen auf meine Tiere auf. Und das haben sie bis jetzt ganz so erfolgreich gemacht. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es hat euch ein paar Tipps gegeben, dass ihr gut durch eure Urlaubszeit durchkommt, dass ihr euch keine Gedanken um eure Tiere machen müsst, ob es denen gut geht oder nicht. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, eure Bibi.